Herzlich willkommen auf dem FreeStocks Kanal mit Roland Jägen und Andreas Bernstein. Heute mit einer Aktie, die ein Urgestein im Logistiksektor ist und auch noch einer der großen Marktführer. Nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Jetzt haben schon ein paar gerätselt, was es denn sein könnte. Da wir bei FreeStocks amerikanische Aktien vorstellen, grenzt sich der Bereich ein bisschen ein. Aber du darfst es offenbaren. Ja, heute soll es um die FedEx Corporation gehen, ein weltweit operierendes US-amerikanisches Logistikunternehmen, das natürlich auch insbesondere im Frachtflugsektor sehr, sehr stark ist, da sogar die Nummer 1 der Welt. Ja, und das ist auch ein bisschen im Schriftzug versteckt, das als Funfact, nämlich, dass man von A nach B was transportiert. FedEx mit dem Pfeil, ich habe das früher nie gesehen. Früher auch nicht, aber wir haben die Aktie, glaube ich, schon zweimal oder dreimal analysiert. Von daher, seit man es weiß, sieht man natürlich auch immer wieder sofort diesen Pfeil. Ja, und man sieht es dann auch in diversen Filmen, auch das vielleicht noch als Fakt hinterher, wer FedEx schon mal von Castaway gesehen hat. Auch da am Ende wurde tatsächlich noch ein Paket ausgeliefert. Also die Angestellten, die sind da auch sehr engagiert. Genau. Und ich glaube, Tom Hanks hat ja sogar einen FedEx-Angestellten gespielt in diesem Film, der dann irgendwie da verschollen ist auf dieser einsamen Insel. Von daher, da war FedEx als Sponsor sehr groß involviert in diesem Film, ja. Ja, das meinte ich, ich glaube, das war das Happy End, wo er dann das letzte Paket nochmal ausliefert. Aber da liegen auch ein paar Jahre zurück zum Film und auch zur Firmengeschichte zur Entstehung in den 70er Jahren. Schon ein bisschen älter als wir beide ist das Unternehmen. Und die haben nicht angefangen mit Paketen, sondern tatsächlich nur mit der Übergabe von Schecks. Die sind ja auch bares Geld wert. Genau, sie sind bares Geld wert. Das war der Ursprung. Auch Federal hatte man am Anfang noch einen Namen letztendlich, weil man auch letztendlich insbesondere mit der Regierung sehr eng zusammenarbeiten wollte und dann auch Schecks von Banken zu Regierungsstellen bringen wollte. Und das ging aber dann sehr, sehr schnell weiter und dass man sich auch vielen Privatkunden geöffnet hat. Und so hat man insbesondere seine Logistikflotte, was die Luftfracht anbelangt, sehr, sehr schnell ausgeweitet und hatte da zwei Jahre später schon 389 Mitarbeiter und 14 Düsenjets, die letztendlich die Sendungen schon in mehr als 25 Städte der USA hier ausgeliefert haben. Und heute kann man diese Pakete selbstverständlich direkt tracken. Damals ging es noch über einen Callcenter. Da rief man tatsächlich an und eine Dame oder ein Herr sagte, ach ja, Paket 38, das wird gerade verladen. Auch eine interessante Sache. Ja, da war man schon sehr, sehr weit. 1979 mit einer Paketverfolgung. Natürlich nicht im heutigen Stil, aber da konnte man wirklich sehr genau auch schon diese Pakete tracken. Ja, und später, als es dann die tragbaren Computer gab, wurden auch bei FedEx die Mitarbeiter damit ausgestattet. Das kennt man heute noch, wenn ich mal ein Paket bekomme, nicht nur von FedEx, sondern auch von anderen Logistikunternehmen, dann wird direkt an der Tür auch bei der Übergabe vielleicht noch elektronisch unterschrieben und dann sofort zack, zack, getrackt, abgegeben. Ja, das ist heute auch Standard. Und hier war man auch Anfang der 80er Jahre natürlich seinerzeit fast schon voraus. Ja, interessant, interessant. Und interessant ist auch, dass das Unternehmen so stark expandieren konnte vom Wachstum her, dass man ohne Fusion auch die eine Milliarde Dollar Umsatzmarke als erstes US-Unternehmen erreichte. Ja, das ging relativ schnell, nach etwas mehr als zehn Jahren. Also man hat wirklich starkes Wachstum an den Tag gelegt. Und ja, heutzutage, wenn man sich die Eckdaten anschaut, mehr als 58 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung bei einem jährlichen Umsatz von ca. 93 Milliarden US-Dollar, mehr als 440.000 Mitarbeiter. Also es sind natürlich sehr, sehr starke Zahlen, was insbesondere die Größe des Unternehmens hier auch nochmal widerspiegelt. Und nicht nur Pakete werden ausgeliefert, auch natürlich Wertsendungen und so weiter und so fort, die dann auch verschiedene Namen und Sektionen im Unternehmen reflektieren. Und wenn man das zusammenfasst, ist tatsächlich jeder Bereich von 2021 zu 2022 nochmal gewachsen. Genau, da hat man sehr, sehr gute Zahlen noch aufgelegt. Man hatte ja schon ein sehr, sehr starkes Wachstum, insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie zuletzt. Das sieht man auch gleich bei den aktuellen Zahlen, ist man eher in einem Konsolidierungsmodus hier angelangt. Aber man hat natürlich insbesondere seit Beginn der Pandemie starke Zahlen an den Tag gelegt. Da hat auch viele Mitarbeiter eingestellt. Und so langsam nimmt dieses große Interesse etwas ab. Und man geht über in eine Konsolidierung und muss natürlich auch schauen, wo man Kosten einsparen kann. Und nach dem Corona-Jahr nochmal zuzulegen, das hat auch nicht jedes Unternehmen geschafft vom Umsatz her. Damit konnten auch immer stabile und auch sogar steigende Dividenden gezahlt werden. Darüber haben sich vor allem diejenigen, die gefreut, die eine hohe Aktienanzahl haben. Da sind wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Genau, die üblichen Verdächtigen. Und auch der Gründer und auch CEO Frederick Smith ist hier auch weiterhin stark mit an Bord und hält ca. 6% der Anteile. Du sagtest schon, das Wachstum soll nicht in dem Maße weitergehen. Das haben wir auch hier mal dargestellt. Die Margen sollen sich aber schon stabilisieren. Und das liegt unter anderem daran, dass sich FedEx ab letztem Jahr auch einem starken Sparprogramm verschrieben hat und damit mehrere Milliarden einsparen möchte an Kosten. Genau, das haben wir auch in der letzten Sendung hier thematisiert, dass man doch in den Konsolidierungsmodus übergeht, dass man viele Kosten einsparen möchte. Und da sieht man auch die ersten Resultate jetzt hier im letzten Quartal, das ja letztendlich das Ende des Geschäftsjahres dargestellt hat. Und damit wachsen natürlich dann auch wieder die Margen, wenn man auf der einen Seite den Umsatz in dem Maße vielleicht halten kann und dann die Kosten auf der anderen Seite aber senken kann. Das wollen wir uns im Detail anschauen. Die Zahlen, die kamen nachbörslich am Dienstagabend über die Ticke, haben erstmal dafür gesorgt, dass die Aktie etwas unter Druck geriet in der nachbörslichen Session. Die Zahlen muss man aber nochmal auseinandernehmen. Wir haben sie hier in Textform einmal mitgebracht. Ja, beim Umsatz hat man ca. einen Rückgang von 10% gesehen auf 21,9 Milliarden US-Dollar. Entsprechend im Vergleich zum Vorjahr war es eben dieser Rücksetzer von ca. 10%. Beim Gewinn lag man bei ca. 1,5 Milliarden US-Dollar. Das war ca. das Dreifache zum Vorjahreszeitraum. Aber da muss man wirklich reinschauen. Da gab es Sondereffekte, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Und wenn man diese einmal rausrechnet, dann war es doch ein Rückgang des Gewinns, des operativen Gewinns um ca. 30% auf 1,25 Milliarden US-Dollar. Und für das Gesamtjahr, das man jetzt abgeschlossen hat mit dem letzten Quartal, hat man sowohl einen Rückgang beim Umsatz als auch einen Rückgang beim Gewinn ausweisen müssen. Das heißt, man sieht so ein bisschen die Konsolidierung, die hier eingeleitet wurde. Und auch der Ausblick ist eher moderat, möchte man sagen. Also man hat gesagt, Investitionen sollen nur äußerst vorsichtig erfolgen. Man befindet sich weiterhin in so einem Sparkurs über die nächsten Quartale. Aber man sieht leichte positive Effekte, die jetzt auch wieder eingesetzt haben, wenn man sich einzelne Sparten anschaut. Auch die Pakete, die sind nicht mehr so stark gesunken, die Anzahl der Pakete, die man ausgeliefert hat. Von daher, moderates Wachstum möchte man wieder haben in den nächsten Quartalen. Aber insgesamt ist es weiter ein Jahr der Konsolidierung, in dem man sich auch weiterhin hier befindet. Ja, vielleicht kann das ja Chancen geben, wenn man sich die Bewertungskennzahlen anschaut. Mit Blick zum Beispiel auf das KGV, das ist ja deutlich zurückgekommen. Da ist man deutlich zurückgekommen, liegt auch deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 13 Jahre. Von daher, mittelfristig hat die Aktie durchaus, denke ich, nochmal größeres Potenzial. Ja, und kurzfristig heißt, in diesem Jahr ist die ja auch schon gut gelaufen, muss man dazu sagen. Plus 35 Prozent rund, damit besser als der Wettbewerb, auch viel besser als zum Beispiel die Deutsche Post in Deutschland, die hat plus 25 Prozent. Ja, ich denke DHL und UPS hier, das sind ja auch mit die zwei größten Konkurrenten, die FedEx hat. Und ja, die UPS, die ist nur sehr moderat im Plus, während FedEx doch ordentlich zulegen konnte bisher in diesem Jahr. Von daher steht man im Vergleich zur Konkurrenz eigentlich sehr gut da. Ja, und das finden wahrscheinlich auch die Analysten toll, dass die Aktie sich so gut hält, auch nach den Zahlen. 3 Prozent Rücklauf bei 35 Prozent Jahresperformance ist eigentlich verkraftbar. Und deswegen sagt Goldman Sachs und JP Morgan, die Aktie ist weiterhin neutral bis Kaufen und hat Kursziele ausgelegt, die noch 20 Prozent Potenzial beinhalten. Ja, die ersten Kursziele wurden jetzt wieder angehoben nach den Zahlen. Von daher der Ausblick aus Sicht der Analysten doch positiv zu werten im Vergleich zu den letzten Quartalen. Von daher bieten sich da, denke ich, mittelfristig durchaus Chancen. Ja, und da soll auch die Nettomage dann wieder ansteigen. Wir haben es ja im Diagramm schon gezeigt und möchten jetzt natürlich auf den Aktienkurs blicken mit dem FreeStocks Tool. Den hast du uns aufbereitet. Ja, schauen wir uns die Aktie gerne etwas näher an. Hier zunächst im Wochenchart. Da sieht man von den Hochs, die Anfang, Mitte 2021 ausgebildet worden sind. Bei 320 Dollar ist man ein ganzes Stück weit entfernt. Hier sieht man wirklich nach dem kleinen Corona-Dip diese enorme Aufwärtsbewegung, die die Aktie hingelegt hat. Und dann diesen mittelfristigen Abwärtstrend über die letzten Monate, über etwas mehr als ein Jahr. Dann konnte man sich stabilisieren und das sieht man jetzt etwas besser hier auch im Tagesschart. Man hatte dieses große Gap hier im September des letzten Jahres, konnte sich aber dann Stück für Stück hier erholen, hat die gleitenden Durchschnitte zurückerobert und ist wieder in einen kurzfristigen Aufwärtstrend übergegangen. Über die letzten Wochen sieht man aber, dass dieser jetzt so langsam hier gedeckelt ist bei ca. 335 bis 337 Dollar. Das war auch ein wichtiges Niveau aus der Vergangenheit, auch wenn man noch etwas weiter rauszoomt, auch dieses Zwischentief hier aus dem Jahr 2021. Also ein Widerstandsbereich, da ist man auch abgeprallt schon vor den Zahlen und jetzt gab es entsprechend hier nochmal die Abwärtsbewegung auch am gestrigen Handelstag nach den Quartalszahlen. Ich denke, die Zeichen stehen hier auch im Chart ähnlich wie bei den Bewertungskennzahlen noch weiter auf Konsolidierung. Ich denke nicht, dass kurzfristig hier auch die Hochsätze erreicht werden kann, aber nach einer Konsolidierung und vielleicht im Rücksetzer nochmal bis in den Bereich der runden Marke von 200 Dollar und wenn der 200-Tage-Durchschnitt auch dann so langsam beginnt nach oben zu drehen, kann man versuchen, hier trendfolgend einzusteigen und darauf zu spekulieren, dass vielleicht ein Ausbruch erfolgt über die 337 Dollar Marke und dann kann man mittelfristig, denke ich schon, als Kursziele die 367 Dollar und dann vielleicht irgendwann auch dieses Hoch aus dem Jahr 2021 anvisieren. Es ist nicht unbedingt Eile geboten, denke ich, in der Aktie, aber Rücksetzer kann man durchaus hier perspektivisch nutzen, um sich zu positionieren. Es ist auch nicht unbedingt Eile geboten, wenn man es im Depot hat, denn das ist ja eines der Grundelemente, die wir in unserer Gesellschaft haben, Konsum, Bankenservice, Energie und eben auch die Logistik. Ja, Logistik ist eine ganz wichtige Branche, die immer mehr benötigt wird, auch in den letzten Jahren. Das haben wir auch insbesondere zur Pandemie gesehen und von daher sicherlich ein interessanter Wert, auf jeden Fall zur Beimischung im Depot, des langfristigen Depots, aber natürlich auch ein Trading-Wert, den man auf Basis eines String-Trading-Ansatzes nutzen kann und dadurch gerne beobachten und dann bei Gelegenheit einsteigen. Machen wir. In diesem Sinne danke für die vielen Infos, Roland, und bis bald. Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao.